Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge Minikoff Mario Party mit eurem Manuel und dem Paletten-Typi. Ha, ha, ha. Wir sind heute wunderschön. Haha, guck mich an. Ich hab mich geschminkt. Du auch? Geil. Mach ich auch gerne im Relife. Ach, du auch? Und dann zie ich mir braunen Klamotten an. Oh, ja, geil. Ich lauf so ein bisschen durch Köln. Das ist mein Jam. Was hast du eigentlich gewürfelt? Ne neue Aufnahme bei Manuel und Paletten. Mario Party wollten sie auf jeden Fall zocken. Die beiden sind wirklich ein superschönes Pärchen. Schöner als am Märchen. Schöner kann's nie werden. Denn sie haben Spaß zu zweit. Den Abend schon verplant und rasend vergeht die Zeit. Und Manu weiß, bald lädt er Palle ein. Denn ne Ofenkartoffel, die macht sie nicht von allein. Und nun war es soweit. Das erste Treffen naht. So, und beide hoffen, dass es nicht das letzte Mal war. Palle hat sich extra hübsch gemacht. Manu macht die Tür auf und Palle erdrückt ihn fast. Die Gefühle sind am explodieren. Die beiden scheinen sich echt zu lieben. Und dann sitzen sie im Zimmer, sind ganz fröhlich gestürmt, essen die Ofenkartoffel und Manu singt. Wir sind heute wunderschön. 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 So wunderschön. So wunderschön. So wunderschön. So wunderschön. Wir sind heute wunderschön. Wir sind heute wunderschön. Ich hab mich geschminkt. Oh ja. Ha ha, guck mich auf. So wunderschön. So wunderschön. So wunderschön. So wunderschön. So wunderschön. Alle so wunderschön. So wunderschön. Wir sind alle so wunderschön. Du und du und du auch. Wir sind alle so wunderschön. Ja sogar du, du bist wunderschön. Oh mein Gott, du bist wunderschön. Du und du und du auch. Ja, ihr seid wunderschön. Wunderschön. Lasst gerne nen Daumen hier. Und nen Kommentar und nen Abo. Auch wenn die ganze Welt zerfällt, geht es uns dann auch so schlecht. Machen sie es wieder, ey. Eine Liebe, die ewig hält. Egal wie es dir geht, wenn dich die Dunkelheit begleitet. Kämpfen sie mit dir Seite an Seite. Daumen hier. Das ist das Freedoms defeated. Untertitelung des ZDF, 2020